Nein, ich habe es nicht mehr schnell genug gewechselt bekommen. Ich wollte gerade noch auf Briten wechseln. Egal, dann mache ich dasselbe wie eben nochmal. Uh, der macht einen Kassel-Tuch. Ja, hier nicht. Lustig wäre es aber. Oh, das Spiel will mich wohl veräppeln. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Tut mir leid, ich habe dich angelogen. Wir haben nicht gewartet, da er in die Klo gegangen ist und aufs Klo und ich habe es nicht mitgekommen. Ist okay. Bei uns läuft es heute schon. Aber es ist lustig, also für mich, ich finde es lustig. Im Positiven oder im Negativen? Was läuft denn bei euch? Kompletter Scheiß. Kompletter Scheiß. Weil sterben läuft bei uns so. Ja, ich komme einfach dazu, dann sterbt ihr nicht mehr. He he. Badum. Ja gut, die Rehe kann ich mir da so nicht reinholen. Ach. L-M-A-A. Weil weiß ich, ich habe eine Woodline direkt an dem Holz stehen. Äh, direkt am Tor stehen, so rum. Dadurch kann ich mir meine Rehe nicht reinpushen, glaube ich. Ich probiere es jetzt irgendwie trotzdem mal. Ne, jetzt kannst du vergessen. Diesten Pokémon werden vergleichen. Ich bin ja okay. Ich hab' den Blauen. Ja. 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 Ich habe ein Reh reingepusht bekommen, ich bin begeistert. Ich habe ein Reh reingepusht bekommen, ich bin begeistert. Ich bin begeistert, ich werde verfolgt. Hä, wo ist denn das Reh jetzt hin? Ah, er hat ihn im Pool gelassen, das ist auch nicht schick. Ich bin begeistert, ich bin begeistert. 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 Was? Ich bin ein Blar-Man. 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 Was machst du jetzt eigentlich? Tuti-Sibu und dann gucken, was sich daraus entwickelt. Okay. Ich bin ein Blar-Man. Dabei schön idlen. Natürlich. Das wäre das Sinn der Winter. Ja. Sehe ich genauso. Also kann man jetzt sagen, ich habe das Spiel verstanden, oder? ja absolut ist alles was du bist ganz wichtig ist das macht er mit seinem kachspout die ganze zeit bei mir der will mich wirklich ganz empfunden kachspot die ganze zeitgeist salallar ja schmack Ich ruhige Ganim Schrecklich Kururnen, kururnen Salam Buruhanaz, Alhaçkesarnen Elheb Alarnen, Alarnen Chiplernen Shhh Buruhơnaz Anugmen Kururnen Buruhanaz Kururnen Yamaz Alharız Kal ausge Nursにちは Salam Kururnen Chiplernen Tun� ja Was ist das? Kururmen Burühanas Anukmen Er kramt hier alle möglichen Spiele wieder aus, die er auf seinem YouTube-Channel packt. Von denen ich schon gar nicht so viel weiß. Ja, ich hab halt ne ziemlich... Am Ende guck ich mir die Videos an und denk mir so, Junge, was für einen Scheiß haben wir da zusammengespielt. Jep. Immer. Immer. Was macht ihr? Ja, der Blaue sieht so aus, als würde er bohmen. Der Winter zeigt die Sicht. Mache ich auch gleich, sobald ich... Meine Gebäude ab. Aber ich habe ja alle OC. Ja, ich habe ja alle Acme. Ich habe keinen Schrauch. Ich habe schon eine Flasche. Ihr sagt mich. Ich habe keinen Schrauch. Da muss ich das. Wache ich? Ah! In 모든 Form! Oh, der macht Zeugs. Polygam Glad Bur poisoned Please No Oh Ok Oh Still Oh Ich bin ein, 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 ich bin ein Spannend, 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 Spannend. Spannend, Spannend. Spannend, Spannend, Spannend. Spannend, Spannend. Kurur ne? Evet. Kurur ne? Salam. Kurur ne? Salam. Kurur ne? Ilapse röst. Kurur ne? Ich bin der Zeit, ich bin der Zeit, ich bin der Zeit, ich bin der Zeit. Ist nicht fair, was ich? Das ist gut. Ich bin nicht sicher, ich bin nicht sicher, ich bin nicht sicher wie sieht dein plan langfristig aus sterben wir sind halt das sehr optimistisch ist ja noch nicht so wie wir uns das vorgestellt haben ja wobei das mit dem sterben hat ganz gut klappt eigentlich bisher gut dass das ja ja das haben wir drauf aber bis jetzt würde ich mich eigentlich vorne sehen also ecotechnisch auf jeden fall weil er musste eigentlich glaube ich ziemlich viel investieren für das was er hier gerade so treibt so so Du hast keine Angst. 1,2,3 Du hast keine Angst. Denn du hast keine Angst. Kann man sonst einen Lenkler auch gegen die Viecher machen? Ich glaube schon. Ist zumindest eine günstigere Alternative, als da ständig Ritter reinzupumpen. Würde ich mal so sagen. Aber Blankler kann ich nicht gut machen mit den Humanen. Ja, dir fehlt halt ein Reichwein-Upgrade später. Ja, und das letzte Death-Upgrade glaube ich auch. Nein, der Mensch, nein! Aber ich glaube, wenn er so viel auf Arambai geht, dann ist das egal. Weil die haben ja selber nicht viel Reichweite. Ich bin ja da. Ich bin ja da. Ich bin ja da. Also manchmal verstehe ich das nicht, dass der dann keine weiteren... Er rappt. Fertig. Er kann mir gleich eigentlich eh nicht mehr davon rennen. Oh, guck mal in seine Basis. Meine Ritter sind irgendwie erstmal ein bisschen losgerannt. Wie kommt die 2D drüber aus? Nicht so schlecht, falls die hier nicht reinkommen. Wenn die hier nicht reinkommen, so. Das geht sich aber nicht aus, jedenfalls. Das wollte ich nicht. Ja. Erledigt. GG. Er wollte nicht mehr. Das Chaos, das ich da veranstaltet habe. Kann ich irgendwo auch nachvollziehen. Sagen wir es mal so. So. Dann schauen wir mal. Ach du Scheiße, jetzt ist meine Ikone ausgewogen. Einer auch. Ich habe gefallen. Abwechslung. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020